In diesem Video zeige ich dir alles, was du über agile Teams wissen musst und welche Kerneigenschaften ein jedes agiles Team benötigt, damit deine Scrum-Implementierung auch wirklich erfolgreich ist. Ein richtiges, fehlendes agiles Team ist das größte Problem in Organisationen bei der Implementierung von Scrum. Hallo, ich bin Sebastian vom Scrum-Kurs24 und helfe dir in diesem Video, die fokussierte Essenz eines jeden agilen Teams zu verstehen, damit du die absolute Grundlage eines jeden Scrum-Teams erkennst, umsetzen und mit deinen Teams erfolgreich sein kannst. Eines vorweg, aus meiner Erfahrung und aus Studien und alleine der Logik sind agile Teams das Wichtigste, auf was du bei deiner Scrum-Implementierung achten musst. Egal, ob du mit einem Team beginnst oder eine Skalierung mit Scrum betrachtest, ein nicht richtig implementiertes, agiles Team ist die Grundursache von vielen Symptomen, die ich tagtäglich bei allen Kunden sehen kann. Dazu gehe ich mit dir die Eigenschaften der Reihe nach einmal durch. Langlebig stabil Agile Teams sind immer stabil und darauf ausgelegt, dass Menschen lange zusammenarbeiten können. Die Teams bleiben bestehen und richten sich nicht nach Projekten, sondern nach Produkten aus. Solange es das Produkt gibt, gibt es auch das Team. Eine Veränderung während Sprints wollen wir schon mal gar nicht. Sollten sich Änderungen in der Teamzusammensetzung während der Produktarbeit ergeben, müssen wir immer im Kopf behalten, dass eine neue Teambuilding-Phase beginnt. Und Lernen kostet schließlich Kapazität. Autonom Die agilen Teams können für sich Entscheidungen treffen und den Prozess auch in die eigene Hand nehmen. Sie sind die kleinste Einheit in einer Organisation und können autonom agieren. Selbstorganisiert Die agilen Teams organisieren sich selbst. Es gibt keinen Projektleiter, der etwas vorgibt. Die Teams planen selbst, übernehmen Verantwortung und passen sich kontinuierlich für eine Verbesserung auch an. Multidisziplinär Innerhalb des Teams haben wir alles, was wir benötigen, um ein Produkt zu entwickeln. Das beinhaltet alle Skills, die wir brauchen, um sämtliche Arbeit zu leisten. Oft sprechen wir von T-shaped oder P-shaped Teams. So haben die meisten Teammitglieder ein gutes Verständnis über eine Fähigkeit beim T-shaped und zwei beim P-shaped Ansatz. Und zusätzlich ein breites Verständnis über alle anderen Fähigkeiten. In agilen Teams haben wir keinen Experten. Was zu Start noch durchaus sein kann, ändert sich über die Laufzeit. Wer nicht von seinem Experten-Status abweichen will und kein Wissen teilen möchte, ist für ein agiles Team leider nicht geeignet. Vollzeit Agile Teams arbeiten Vollzeit an einem Produkt. Und in einem Team. Und jedes Teammitglied gehört genau zu einem Team. Aus meiner Erfahrung habe ich ca. 80% der verfügbaren Zeit als Grenze. Darunter geht nichts. Und natürlich auch nur dann, wenn zum Beispiel bei fünf Teammitgliedern nicht jeder seine 20% an einem Tag hat. Ich bin da nicht dogmatisch, aber ein Team kann nicht in zwei Produkten parallel gut arbeiten. Das zeigt uns eine Studie von Weinberg. Bereits ab zwei Projekten, Produkten oder auch parallelen Aufgaben sinkt die Produktivität massiv ab und Transaktionskosten entstehen. Fazit Und wie fühlst du dich jetzt? Ich denke mal, entweder recht gut, wenn du bereits im agilen Kontext Team-Erfahrung hast und agile Produkte entwickelst. Oder aber du denkst jetzt womöglich, oh Gott, ich komme aus dem Konzern, das wird nie etwas. Kurz zum Thema des agilen Teams. Ja, du brauchst es. Und ja, es ist der größte Stolperstein. Hast du das nicht, wirst du zu vielen Dysfunktionen kommen, die dir auf deinem Wege wehtun. Meistens ist guter Rat teuer, denn woher nehmen, wenn du das agile Team nicht hast? Dafür kann ich dir empfehlen, auf meinem Kanal noch ein wenig intensiver nach Heatmap und SEMA zu suchen. Und unbedingt natürlich auch meinen Kanal zu abonnieren, dann bekommst du auch die neuen Videos sofort mit. Ich gehe dort nochmal genau auf solche Dinge ein und zeige dir, wie du auch ohne aktuelles agile Team zu einem solchen gelangen kannst. Auf gute Teams. Dein Sebastian